Was geht ab? Zocki am Start. Weiter geht es mit 7 Days to Die. Ich habe hier gemerkt, totaler Schwachsinn gemacht, habe ich. Ja, wir müssen sowieso einiges hier noch ändern. Wir haben ja hier schon einiges ausgebaut, dass wir nicht mehr so schnell verdursten, verhungern, dass wir schneller rennen können. Wir brauchen außerdem noch das Buch, Taschenmotorik, dass wir das Moped bauen können. Denn hier bei Fertigkeiten habe ich ganz vergessen, was ganz wichtig ist zu machen. Wir können ja hier schon die Stahlschmieden freischalten. Ja, und da können wir nämlich schon aus Stahl Dinge bauen. Habe ich jetzt freigeschalten. Betonmischerei müssen wir auch noch freischalten. Dann können wir, ja, da können wir Beton herstellen und natürlich alles viel, viel besser verstärken. Jetzt gehen wir mal rein kurz und hier müssen wir noch einiges verändern. Hier baue ich noch was um, weil das ist so irgendwie total beschissen. Wir müssen da ganz, ganz anders bauen. So, die Schmiede, die schaue ich mir mal jetzt an, was hier abgeht. Wir haben ein bisschen Eisen am Start. Okay, ich weiß gar nicht, warum da so viel Stein drin ist. Lehm haben wir auch ein bisschen am Start. Da mache ich jetzt mal das Eisen da rein. Jetzt machen wir uns mal viel, viel bessere Waffen, Freunde. Viel, viel bessere. Stein brauchen wir mal, wenn wir Beton umwandeln wollen. So, jetzt kann man sehen, ich kann hier jetzt Stahl herstellen und Eisen. Also, das konnten wir ja schon die ganze Zeit herstellen. Ich stelle da mal so 30 Stück her. Und der Rest mache ich hier mal Stahl. Da brauchen wir schon einiges. Stelle ich mal her. dass wir hier unsere bei Werkzeug und Fallen so, da können wir hier das alles wegschmeißen. Und so können wir hier die Stähler eine Feuerachs bauen, eine Stahlschaufel und eine Stahlspitzhacke. Da können wir viel, viel schneller Steine abklopfen. Das ist viel, viel besser, Leute. Gut. Also, das zerlegen wir, zerlegen wir. Der Hammer bleibt natürlich. Und wenn man das hier hochstuft, so, wenn man das hier hochstuft, dann umso besser wird auch das Werkzeug. Das habe ich vorher auch nicht gewusst. Das weiß ich auch jetzt erst seit drei, vier Tage ungefähr. Also, da müssen wir definitiv dran denken, dass wir das auch hochleveln. Das Essen ist ja momentan schon mal genug. Und was ich hier auch immer gemacht habe, ich habe hier Holz reingemacht, wir können da auch Kohle reinmachen, wenn wir sie finden. Weil das ist alles einfach unnötig, was ich da gemacht habe. Hier werden wir auch noch einiges umändern. Die Kisten werde ich noch umbauen, aber das machen wir irgendwann. Das ist jetzt noch nicht so wichtig. Essen haben wir noch ein bisschen am Start. Gut. Was sagt das Holz? Alles klar, da können wir schon mal da draus etwas bauen, was ich bauen wollte. Erstmal hier Stahl rausholen. So, können wir hier schon mal was bauen? Die Feuerachs, die baue ich jetzt schon mal. Gut. Hier, die Holzklötze mache ich weg. Ich mache das hier ganz anders. Die Garage auch. Da stellen wir in der Schmiede was her. Steine in der Schmiede. Weil, wie sieht das aus, wenn hier, ähm, ja, die Garage aus Holz ist? Das ist ja total mies. Der Boden kann alles so bleiben. Aber das werden wir umändern. Moment, das mache ich mit der, mit der Achse, wenn die jetzt fertig ist. 20 Sekunden dauert ja nicht mehr lange. So, dann mal kurz noch mal rein. Das geht alles viel, viel schneller. Wir machen uns ja hier unnötige Arbeit. Ah gut, besser später alles rausfinden als nie. Sag ich mal. Gut. Haben wir noch fünf? Ja, schön. Und eine Schaufel herstellen. Ja, Beton ist ganz easy herzustellen. Weil wir können nämlich da so einen Betonmischer herstellen. Da kann man Steine reinschmeißen. Da müssen wir kein Sand sammeln, um den Beton herzustellen. Das ist einfach so nice, Leute. Und ihr seht jetzt hier, mit dieser geht es auch viel schneller. Wenn ich das noch hochstufe, mache ich das hier mit einem Schlag sogar weg. Da geht das Ganze noch schneller. Bäm. Müssen wir alles hier wegmachen. So, was ich hier noch in den Baum möchte setzen. Und zwar diese Stämme da. Die kann man auch ganz groß erweitern, die Stämme. Ich muss jetzt kurz zählen. Wenn ich hier drei hochgehe, das wären dann drei, sechs, neun. Das sind schon mal 18 Stück auf dieser Seite ungefähr. Wenn ich das so grob rechne, 18. Und da brauchen wir hinten auch noch, wenn ich da hochgehe. Äh. Moment, das setzen wir erstmal in den Bau. Ich glaube, drei, sechs. Das sind dann zwölf. Machen wir erstmal zwölf. Habe ich eigentlich das Rezept schon gefunden, dass wir diese Armbrust bauen können? Das weiß ich jetzt gar nicht. Da müssen wir bei Waffen schauen. Ja, die können wir auch schon bauen. Da müssen wir nur Leder rausholen. Da können wir der Bogen wegmachen. Ist ja auch voll Vierlefants. Wenn wir da der Bogen haben. Da können wir hier in der Schmiede Moment, jetzt aus Stahl. Seht ihr schon, die allerbesten Teile können wir da herstellen. Nur halt jetzt leider nicht so viel. Da bauen wir halt so viel, wie wir jetzt können. Ist ja kein Problem. Ach, Messschieber erforderlich. Messschieber. Okay, okay, okay. Dann holen wir einfach die Pfeilspitze aus Eisen. Die reichen auch anfangs vollkommen aus. Och, da können wir schon 150 herstellen. Amboss erforderlich. Haben wir noch keinen Amboss? Da muss ich den jetzt erstmal hier herstellen. Wenn der fertig ist. Gut, dann machen wir das alles noch. Jetzt arbeiten wir hier erstmal im Haus wieder weiter. Machen alles schön. Das ist ja alles Schwachsinn, was ich da gemacht habe. Aber gut, das sind nur so ein paar Arbeiten, wo man da verändert. Ist ja jetzt nicht die Welt. gut, da haben wir schon mal ein paar Stämme. Die möchte ich nämlich da vorne, wie ich es oben gemacht habe, dass man sich halt nicht so verletzt. Das ist nämlich scheiße. Kein Mensch will sich verletzen. So. Machen wir hier. Normalerweise mache ich es ja hier mit rein. Ich möchte es eigentlich auch mit rein machen. Nicht runterfallen. Ja. Ach, ich verblute? Hey, warum verblute ich? Ich bin da nur ein bisschen an die Stachten gekommen. Direkt verblute ich da. Aber egal, wir haben ja so viele Verbandskäste hier. dann macht das gar nichts aus uns. So, mal schauen, wenn ich mich hier ducke, ob ich da hinkomme. Das müsste ich schon wegmachen. Ja, sehr schön. Die Achse ist groß, die geht weit. Nein, einer zu viel, egal. Können wir alles reparieren? Bam, bam, bam. So. Weil da haben wir hier nämlich alles viel, viel schöner. Zack, zack. Natürlich noch eins hoch. Ah, nee, weil da die Tür ist, da muss ich dann noch ein Stückchen weitergehen. Machen wir so. Zack. Da muss ich halt noch ein paar nachbauen. was ja kein Problem ist. Wir haben ja Zeit, wir haben Zeit und das kann man alles verstärken später. Komplett können wir das Beton machen und dann das ganze umwandeln mit Stahl dran. Da haben wir alles voll Stahl. Das ist der Wahnsinn, Leute. wenn das alles voll Stahl ist. Dann machen wir hier unten auch noch eine Tür jetzt hin. So. Dann machen wir da noch eine Tür hin. Ah, die muss ich drehen, dass sie passt. Sehr schön. Natürlich wird die auch noch verstärkt. Weil so kann man sich hier definitiv gar nicht mehr verletzen. Ja. Und den hier hole ich weg, weil ich da ja auch den Klotz will hinstellen. Hier mache ich das genauso. Dann sieht es ein bisschen neutraler aus. Na, wo ist denn der Holzklotz? Kann ich noch bauen? Ja. So, wie viel brauche ich? Vier Stück, ne? Ne, zwei. Oder wir bauen hier komplett alles mit den Klötzen. Da haben wir hier so ein kleiner Pfad. Wäre auch eine Option. Das mache ich auch. So. Da können wir uns gar nicht mehr verletzen. Na, jetzt reiße ich hier zu viel ab. Aber ist ja kein Ding. Können wir alles nachbauen? So. Sind ja nur Holzfallen. Die sind ja schnell gebaut. Da muss ich nur da draußen so ein Stückchen erweitern. Das Ganze. Ähm, ja. da müssen wir jetzt herstellen noch. Ah, ich stelle einfach mal alle hier her. Das sind 20 Stück noch. So. Er hat wieder warm. Er hat wieder warm. Ja, so hoch machen wir das. Dass es dann eins höher ist. Das können wir oben von hier aus drauf machen. So. So stelle ich mir das vor. Und dann hier halt so entlang. Da zählen wir jetzt, wie viel wir brauchen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Neun, das mal doppelt. Das sind 18. 18 sind 36, ne, wenn ich jetzt richtig gesehen habe. 36. Wie viel haben wir hier? Neun, oder acht plus acht, das sind 16. 36 brauchen wir. Also noch 20 Stück müssen wir produzieren. Dann hacke ich hier einfach mal Baum ab. Können wir immer wieder neu hinpflanzen. Ich möchte sowieso noch ein paar Bäume dann ums Haus pflanzen. Oh, da haben wir uns einiges vorgenommen. Bam. Also, was habe ich gesagt? Wie viel müssen wir noch hier stellen? Okay, noch 20 Stück, ne? So. Hat alles schön gepasst. Natürlich brauchen wir viel, viel mehr Holz. Die Samen pflanze ich noch ein. Na, wer kommt denn da? Ein Zappe Philipp. Ach, ich hasse das, wenn das immer so ruckelt. Stirb, stirb. Der ist immer noch nicht tot. Als noch nicht. Wahnsinn. Ah, doch, der war tot. Ja, wenn wir jetzt die Armbrust haben, die Pfeile hergestellt, ist das alles natürlich viel, viel besser. Mit den Eisenbolzen von der Armbrust machen wir wahnsinnig Schaden. Das sind die viel, viel schneller tot. Ja, die Garage reißt sich gleich noch komplett ein. Und wir haben hier Holz. Ja, ich springe erstmal hier runter. Nein! So, jetzt noch hier diese Holzfallen herstellen. Ich mache einfach jetzt ein paar. Ja, ich weiß, übertrieben viel, aber egal. Mache ich einfach dann in die Truhe rein. Warum kann ich da nichts mehr hinstellen? Das ist merkwürdig. Das ist ja merkwürdig. Warum ist da rot? Das finde ich jetzt echt merkwürdig. Naja. Gut, was soll's. dann ist das halt so. So, da mal hoch. Ja, jetzt reiße ich hier alles ein, dass ich da hoch kann. Ich stache ihn weg. Wir kümmern uns später drum. Um den Rest läuft ja alles nicht weg. So, ein Holzrahmen. Wo ist er denn? Ach, ich habe doch hier welche gehabt. Mann, ich bin echt blind. So, einmal dann machen wir hier diese Hölzer dran. Zack, 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 zack. Bäm, bäm, bäm. Hm. Ja, toll, habe ich mich wieder verrechnet. Mann, 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 was ist los? Warum verrechne ich mich so? Ja, ich glaube, da brauchen wir ein... Warum kann ich da nichts auf dem Boden machen? Das verstehe ich einfach nicht. Hier kann man es hinmachen, aber da nicht auf dem Boden. Ja, irgendwas stimmt da nicht. Was das jetzt ist, keine Ahnung. Zum Glück geht es hier oben. Ja, das ist ja merkwürdig. Ah, hier geht es wieder. Ah, da hinten ging es nicht. Das ist echt merkwürdig. So. Ich stelle einfach mal noch 20 her. Gut, in der Zeit, oh, die Hölzer hier, kann ich das hier weiter abmachen. Ja, ich habe wieder Fertigkeitspunkte. Wir bekommen ja noch, wenn ich, ähm, ja, die Steine abklopfe. Außerdem möchte ich noch eine Hülle finden, wo wir Ressourcen haben zum abbauen. Erz, weil da kann man Erzadern finden, das ist viel, viel besser. Ei, ei, ei. Er hat warm, er hat warm. muss ich da wieder alles abmachen. Aber das reicht jetzt mal kurz. Ich möchte hier den Rest dran machen. Ne, das geht auch nicht, wenn man da runter geht. Seht ihr, es geht gar nicht. da geht's natürlich. Ja, zum Glück, Mann. So. Puh, da atmet er. Gut, dann hätten wir das. Dann hätten wir das, Freunde. So würde ich das nämlich lassen. Das sieht ja viel fresher aus, das Ganze. Und man fällt nicht mehr runter irgendwie, wenn's mal hängen sollte. Hat alles seine Vorteile. Und was ich hier dann für Steine will dran machen, zeige ich euch. Wir haben Tag 14. Oh, Mann. Das ist ja wieder der Angriffstag. Dann werden uns die Zombies bald angreifen. Bäm, bäm, bäm. Und wir bekommen Holz zurück. Ja, ohne die Axt würde es viel, viel länger dauern. Achso, jetzt kann ich hier, wir haben doch, Moment, einen Fertigkeitspunkt da wieder draufhauen. Hier, bei Bergarbeitermeister kann ich euch nur empfehlen. Bergarbeitermeister. Umso mehr geht das auch kaputt hier. Wenn ich jetzt wieder was Neues herstelle, dann ist das Ganze viel, viel stärker, weil ich jetzt einmal aufgelevelt habe. Natürlich, die hier behält dann seine Wirkung so, wie es jetzt noch ist. Weil da brauche ich nämlich nur einen Schlag. Ich glaube, ab dem zweiten Punkt, wenn man den da reingesetzt hat, wir beschleunigen das Ganze jetzt richtig. Umso schneller können wir hier vorankommen. Jetzt weiß ich ja zum Glück, wie alles funktioniert. Boah, immer die Hängerei, das nervt manchmal. Bäm. Und ich hoffe, dass wir das Buch jetzt bald finden. Das wäre so cool. Wir müssen auch mal in eine Stadt gehen, dann muss ich da irgendwo versuchen, Bücher zu finden. so, jetzt hole ich mal da den Rest raus. Zack. Ah, hier haben wir jetzt den Amboss. Kann ich da reinmachen. So, die Pfeilspitzen aus Eisen. Ach, 440, nein. Viel zu viel. Viel zu viel, Freunde. Ich mache 250 Stück. Der Bogen kommt dann weg. Passt gerade zum Angriff, wenn die Zombies kommen. Einfach gedrückt halten, X, da geht das alles automatisch. Anstatt man so die ganze Zeit draufdrückt, das ist dann irgendwann nervig. Na, außerdem tut irgendwann der Daumen weh. Bam. So. Ach, da haben wir schon 56. Nice. Wie viel Eisen habe ich? Das reicht, glaube ich, gar nicht für die Tür da unten. Die da, okay. Schauen wir mal. Ach, doch, reicht schon. Zack. Wie viel Eisen habe ich noch? Nein, wir sammeln ja wieder was. Und hier kommt jetzt eine übelste Tür. So, her, da geht es nicht mehr. Bam, schaut euch das an. Wenn man da einmal draufhaut, 8000, das ist Wahnsinn. Ja, und das hier wird alles natürlich auch verstärkt mit Beton, wie ich es gesagt habe. Das mache ich jetzt alles nach und nach. Jetzt zeige ich euch nur noch, was ich herstellen möchte in der Schmiede. So, dann müssen wir hier auf Gebäude gehen. Hier, mit diesem verwirrten Ziegel möchte ich die Garage machen. Da braucht man halt diese Steine und Lehm. Lehm haben wir ja noch. Nur das Stein müsste man herstellen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo man das nochmal herstellen kann. War das hier? Schauen wir mal nochmal. Ich glaube, das war sogar hier. Ähm. Nee, oder war es jetzt doch... Ich kann mich da nicht mehr so gerade dran erinnern. Okay, hier konnte man ja Zement herstellen. Und diese komischen Steine. Nee, doch, das war hier. Das muss hier in meinem Inventar sein. Ich gehe mal hier auf alles. Ach, kann man ja gar nicht auf alles Gebäude da war doch das gewesen. Na, bin ich jetzt blind oder einfach nur Blöde? Das ist ja Zementmischer, den brauchen wir, um dann das herzustellen. Da kann man auch einen Asphalt machen, eine Straße. Gut, anscheinend muss ich blind sein. Ich sehe es jetzt gar nicht. Rohstoffe. Ah, bei Rohstoffe hier, genau diese Teile. Das sind sie ja. Da brauchen wir Lehmklumpen und kleiner Stein. Ich sammle auf jeden Fall so ein bisschen Eisen wieder für den nächsten Part etwas Lehm und vielleicht noch ein paar Steine. Gut, Steine bekommen wir ja eh, wenn wir Eisen sammeln. Und da fangen wir hier direkt an loszulegen. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt bleiben wir wieder hier eine Zeit lang und machen hier alles wirklich richtig schick, bauen da die Garage nice und werden natürlich auf die Suche gehen nach diesem Buch. Buch.